In die Rhein-Mosel-Halle passt hier rein und zwar alle. Am 13.10., ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnten, wir beide sind die Feisten, wir treten einander auf und diese Frage geht an dich. Hast du schon Karten gekauft? Am 13.10. in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz. Kommt vorbei oder verpennt's nicht. Tschüss. Ciao.